Teampark Bann, ich hätte Bock mal wieder auf Kaffee Dostoyevskis. Letztes Mal schon echt lange her. Boah, der Mörder. Mavi wird dich verprügeln, ich sag's dir bitte. Clubhouse, Clubhouse. Ich nehm Lesion und pass in Garage unten auf, also chillt, ja? Chillt. Nicht in Garage abchillen, ich chill unten und werde rasieren. Also chillen, sag's dir. Ganz wichtig chillen. Also chillen? Ich glaube chillen. Hab ich gesagt, dass ihr chillen sollt? Ja, warum spiel ich Bande, Alter? Bande ist doch. Weil ich überrausche, wie damals von der Welt. Und wieder alle C4-Handys abfangen werde. Wollte grad sagen, ist doch eigentlich hier voll Asami-Gameplay. Servus, kann Marvin bitte nochmal in die E-Mail schauen? Ich, Pascal, aus Österreich, hab noch eine Frage wegen Merch. Ja, also er hat Execute auch schon geschrieben. Also ich hab auch schon gesagt, ja, weiß ich. Ja, 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 ja. Execute das sogar. Kannst du da Bridge machen mit Kite, oder? Wo warst du? Ähm. Ah, ich kann's versuch' mal am Anfang. Ah, ich versuch' mal am Anfang. Aber du bist ja auch. Ähm. Ich versuch' mal am Anfang. Wenn nicht, dann musst du dein Kite-Caller schmeißen. Ja, dann fang' mit Kite-Caller an. Ja, wenn nämlich keinen Jäger haben, bin ich da ein bisschen verletzlich. Deploying. Willkommen zurück. Ab, 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 ab. Gereht los. Gereht los. Wo sind die Kappen-Möhren? Setscher-Shingen ging los. Gereht los. Gereht los. Gereht los. Oh. Danke. Eine Ladung hab' ich noch. Noch ein Chubarau? Ja, perfekt. So, das war's mit Chubarau. Ja, ich glaube auch mit ihren Dingern. Oh, krass. Kommt jetzt Garret? Oh, das wär' schön. Oh, die haben die Scheiße entfernt. Ich brauch' hier ein Fenster. Hier kommt... Ah, Kite-Kralle. Ne, Bridge-Saufen. Bridge-Saufen. Boah. Okay. Diffuser. Diffuser auf Red Stairs. Ich hab... Diffuser auf Red Stairs. Ah, wir sind alle. Diffuser auf Red Stairs. Diffuser auf Red Stairs. Jetzt komm'n Garage hoch, du Lappen. Ich hab' mit Jackie gescannt. Oh Gott. Komm' einfach zu mir. Ich komme. Ui. Breach ist offen, ja? Breach ist offen, ja. Ich weiß aber nicht wie viel. Ich weiß nicht, ob sie durchkommen. Ja, komm' durch. Wird gedronet? Ich wechsle das Magazin. Ja, ja, ja. Jetzt komm's rein. Ja, ja, ja. Garage los. Ja, ja. Oh, oh. Ich hab' den ausgetrackt. Ausgetrackt. Ich hab' richtig daneben geschossen. Ich hab' alles verkackt. Also, Garage oben, ja? Nein! Red Stairs oben schon. Digga, ich hab' den ja... Ja, bitte, ich mach' Red Stairs auf. Ja, ja. Ich geh' Red Stairs. Sind's ja Steuernspot? Können planten. Links. Und tu' mal raus. Digga, geh, geh. Geh' mit Schock. Barbie hinterm Server, steht da, ne? Oh mein Gott. Sehr schön. Digga, das hab' ich ja richtig hart gefuckt, ey. Sorry. Digga, aber wie kann das sein, dass da schon wieder... Dieser Arschficker, ey, der kam hinter mir die Red Stairs hoch. Metalltreppen. Ich habe nicht einen Mucks gehört, alter. Und ich stand einfach an den Red Stairs. Sorry, meine Fehler. Hallo. Geben wir Slavsimir, oder geben wir... Hallo, der dreckige Mindfiller. Hallo. Marvin hat mich umgebracht. Marvin hat wieder Mario Party gespielt. Ich hab' Gary schon auf jeden Fall Richard gesuckt. Was für Mario Party gespielt, sagte? Aber da spiel' ich Mira, Digga. Ja, Mira. Ähm, Mira. Haben wir irgendwen? Wir bräuchten vielleicht Bandit oder sowas. Ich hab' tatsächlich noch überhaupt nichts bei neuen Anime Season gesehen, weil ich... Also, was gibt es Neues? Ja, gehen wir aber gleich. Es wird irgendeinen geben, der ungefähr ist... Also, der besser sein soll als, ähm... Zero Leveling. Der heißt... Weiß nicht wie der heißt, den gibt's aber nicht auf Crunchyroll oder so. Genau, Ninja Kamui. Den hab' ich schon in den ersten zwei Folgen gesehen. Und die fand' ich okay, aber noch relativ langweilig. Okay, man hat ein mobile Schild irgendwo, hell. Ja, nicht, ne. Aber den hab' ich... Den konnte man, glaub' ich, sogar nur illegal sehen oder so. Aha, mhm, hm. Ja, weiß ich nicht. Gib uns eine Rotation. Hallo Profi. Wo Rotation? Rotation. 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 Bewegen Sie Ihre Schmutzfinger. Schmutzfinger. Also, falls ihr irgendwelche... irgendwelche Tipps habt für neue Anime Season, was man da geil gucken kann. Was ich gesehen hab' war Reh-Monster. Den fand' ich ganz gut. Any calls? Am Breach. Aber sonst noch nix. Iiii, I'm confused. Ey. Der hat die Dammelkrieg, Marvin, ne. Ist das dein Anteil? Das Schild hat... Also, da ist... Wer war denn da, Digga? Warum hat der denn keinen Bandit-Scheiß hingelegt? Digga, weil ich getrickt hab'. Oh. Boah. Okay, das war ja richtig bad, ey. Alter Schwede. Alter! Okay, der war schnell. Ich dachte, du hast da Bandit dran und dann mach' ich der Mira dran und dann... was irgendwie... Ja, deswegen ist... Du standest aber dann zu nah. Ich konnte dich nicht mehr placen, weil du mich blockiert hast. Nice. Marvin wieder umgebracht. Nein, Gott. Schon wieder, Digga, schon wieder. Na gut, dann machen wir das gleiche nochmal. Diesmal aber besser. Ich bin sicher, dass wir dahin gehen wollen und nicht runter. Ja, lass' mal runter gehen. Ja, lass' mal runter gehen. Ja, okay, dann gehen wir runter. Lass' einfach mal runter gehen. Schau' mal, was wird. Schau' mal, was wird, ne. Was wird. Wiesen Arschbremsen, ey. Ist immer Arschbremse. Ey, du bist ne Arschbremse. Reincarnation as a Slime geht weiter. Oh, den muss ich noch sehen. My Hero Academia geht ab nächste Woche weiter. Da hab' ich letztlich... Auf Amaz... Nee, auf Netflix gab's glaub' ich einen neuen My Hero Academia Film. Zumindest cutte ich den nicht. Der heißt glaub' ich... Heroes Rising. Den hab' ich gesehen. Den fand' ich auch echt cool. Ähm... Nächste Woche geht's da weiter. Das find' ich gut auf jeden Fall. Hoffentlich auf Front and Roll. Annie Reactions heute. Wir haben heute ne Reaction gemacht auf... Do it. Jules. Und Jules in eurem Zweitkanal. Dann haben wir hier mal zu. Du. 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 Hast du Kitchen-Hack? Ja. Weiß nicht, ob ich das mag. Neco brauchst du auf Blue oder sonst irgendwo noch eine Drone-Ski? Ne, da wär mir tatsächlich lieber, wenn irgendwie was auf Construction-Tunnel wäre. Habe ich nämlich Angst, weggepusht zu werden. Ja, hab ich ne Cam. Cam, mach ich zu. Oh. Das war doch ein Push, oder? Hast du leider verpasst, Obi-Wan-Kenobi, gar keinen Stress. Kommt hier auf den Ziggur. Hier. Ja. Fuse ist da. Hier, komm, nächste Fuse. Entschuldigung. Entschuldigung. Hier, von hinten. Leute von hinten. Dirt, 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 construction, construction. Geh raus Marvin, ich bin dead. Okay. Ich möchte C4 dahin ballern, warte mal. Einmal bitte sagen, wo der... Wo, wo, wo? Wo ist der Fuse, wo ist der Fuse? Fuse, wo ist der Fuse? Das sind natürlich über Business Steps, aber keine Ahnung. Wer ist weg, wer ist weg, wer ist weg. Hey. Warum wird denn da markiert, ey? Warum wird denn da markiert, ey? Warte jetzt, äh, in den Tunnel. Mehr in den Trends würd ich gehen. Hey! Oh, oh, schon grade gedroppt, ey. In Charge, glaub ich. Ja, der Timing, alter. Können wir ping? Nein. Ja. Ey, wo, wo, wo? Wo? In Charge jetzt, gleich. In Charge gleich drin. Ja, main. Sorry. Schon drehen uns. Ja, main, main. Ist drin, on spot, on spot, wenn der Teeke ist. Der Teeke ist. Frennt es, der Teeke ist. Nein! Ey. Was ist denn los mit euch, alter? Also wie, C4, C4 kam, äh, der falsche Ping und dann bin ich zurückgerannt und wollte dann von der anderen Seite noch zu machen und dann waren die schon unten, also, funktioniert hier nichts, ne? Teeke muss jetzt irgendwie klappen. Ja, Timelack aber auch wieder sein U-Großvater. Boah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich weiß auch nicht, was ich spielen soll. Ich weiß auch nicht, was ich spielen soll. Äh, Custom Games machen wir eigentlich nicht. Ne. Seltenst. Die machen wir schon, aber ganz, ganz selten. Hm. Ja, 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 oben, oder? Ja. Okay. Moody. Okay, 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 okay. Dann arbeitest du das noch mit Twitch? Daumen, daumen. Was hab ich denn hier eigentlich noch mit Claymore? Wie viele Ladungen hat Carly? Drei. 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 Einer sagt vier, okay. Einer ist zur anderen Seite. Nein. Vier, drei. Vier, drei. Wieso drei? Welche Ranked habt ihr jetzt eigentlich so? Emirates zwei und Platin drei. Ist ja vier. Carly hat vier Ladungen. Ja, so selten, Carly. Wie heißt das Zaubermenü in GTA? Das, äh... Wird man nicht sagen, glaube ich. Ist allerdings auch kein kommerzielles Menü, das du dir eben verkaufen könntest. Glaub ich. Ja, Tuba Rau halt, ne? Ja, aber tschö. Also... Tuba Rau ist down. Oh, hier ist einer. Ähm... Könnte jemand kurz in meine Tourne gehen? Einer ist Jim. I! Jim? Ready for level! Aber... Jim, 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 Jim. Könnte man jemand in meine Tourne... Ja, er war gerade weg. Ist shit hier. Warte hier, ne? Er nimmt die immer wieder ab, ne? Ich hab den nicht kaputt gemacht. Jo, hab ich. Den Call hab ich gebraucht. Dankeschön. Dann werden wir ans Fenster active Bandit. Meister! Äh, ich hab noch... Ich hab EMPs dabei. Ja, aber der ist active. Tuba Rau. Tuba Rau. Ja, wenn der active ist, dann kann ich ihn von hinten ticken. Vielleicht. Wer verscheid macht. Ja, los, los. Jetzt durchschießen. Ja, gerne hier auch nochmal aufmachen. Alle Ladungen weg. Alle Ladungen weg. Nein. Was ist mit Garage? Leg Garage da oben? Oder... Garage ist keiner drinnen. Ja. Digga. Construction. Legion. Jo. Redline ist cool, ne? Ich find das so ein bisschen... Ach so. Komm mal hinter dir den Mutes schon mal weg. Oh, digga. Hä? So mit Kali da rein zu pushen, ist immer... Wow. Ich kann dich draußen kämpfen, einfach. Ah, nimm... Catcher mit. Catcher viel viel besser als Kali. Ja, hätten wir den Blüter... Ja, hätten wir den Blüter... Den 50. Ich hab so ein 2. Also, wer lebt denn noch? Sollte. Ein... Ein Ace. Okay. Auf B, sorry. Ja, da können wir doch jetzt Attacke machen, oder? Catcher. Ey, leck doch einfach alle meine Eier, ey. Okay. Any Drones? Ne, ne? Ah. Warte, mach ich. Ah, ist das. Red Stairs, oder hinterm... Kokstisch? Hinter B-Bomben, hinter B-Bomben. Immer noch, immer noch. Mutes steht hinterm Kokstisch. Oh, oh. Das zieht ihr. Perfekt. Es bleibt noch 10 Sekunden. So. Oh, oh. Oh, oh. Eigener Druck getötet. Man hört auch nichts. Mal hätten wir uns auf Kill gehen müssen. Ja. Äh, aber... Ja. Aber, ja. Aber, ja, ja. Schöne Kids genommen, aber leider... Weiß ich nicht, was das Problem war. So, jetzt der Pushen, sagen wir, oder? Wir konnten schon wieder nicht breachen. Das war das Problem. Ja. Doch, Tim, wir nehmen sollen. Wir werden pushen. Pushen! Wollen wir gefressen, oder? Ne, wir spielen das hier... Wir spielen schon Tryhard, Digga. Ja, okay. Ich hab auch Bock auf Fuse, ey, aber... Bei Banner. Nimm mal Ramzen. Ramble einmal Bing Bang. Bing, 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 Bong. Ramble einmal B-Ding-Dong. Long, long. Bing, 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 Bing. Aber, ja, diese Runde läuft leider so... Die Gegner sind nicht besser, sagen wir mal so. Aber, irgendwie läuft's nicht so. Aber, Clubhouse, ne? Clubhouse ist natürlich auch nur mit die... Gibt's denn unten? Ich hab meine Brote Opfer. Nix, nix, nix. Das ist MG, kenn ich. Wobei, ne, kenn ich nicht. Ich teile mir den Account mit jemandem. Und da sind halt dann häufiger mal irgendwelche random Animes drin. Aber ich hab auch... Ich hab auch gehört... Crunchyroll soll jetzt so verschiedene Profile kriegen. So wie Netflix. Das fände ich ganz geil. Aber im Moment so... Ich teile mir halt den Account, glaub ich, mit... Bei weiteren Leuten oder so. Und dann ist halt immer so... Die Folgen von Animes, du hast keinen Plan. Hab ich dir jetzt schon geguckt? Oder war das irgendwie anders? Hm. Ach so, ja. Macht's natürlich schwieriger. Deine Bombe. Ja. Stockroom wurde gerade verstärkt. Der Gerüben. Dachte Clubhouse habt die Heimvorteile. Wechsle Magazin. Ah ne, nicht so wirklich. Fahrmals. Nicht mehr. Fahrmal. Fahrmal. Boah, ich dachte gerade, Alter. Hm. Ja. Wo? Ja. Ey. Wo, Kroll? Der Kite war unter der Hedge. Hatte da ne kleine Ecke aufgeschossen. Und unten nach oben. Mich weggefickt. Hm. Alles bestimmt wahr? Ja, nice. Okay, ja. Dann nehm ich mal so langsam den Diffuser vielleicht an. Also... Ey, Leute! Was passiert denn hier? Ey. Okay. 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 Wo? Wo? Nicker Bar und Mainsterer. Der ist Marin. Wo? Wo? Oben und unten. Und unten glaub ich. Und unten. Wurde angeschossen. Aufpassen. Keiner. Alles offen, ey. Alles ist offen. Von mir natürlich. Aber... Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ey. Digga, der... Dieser... Erste da, der Kite, der war richtig crank, ey. Zehn Kills? Alter. Ja. Wird gern wissen. Könnt ihr sagen, wo der... Wo der spielt? Jokola... Die Sau. Alter, aber nicht, Digga. Doch, doch. Silber 5. Der ist absoluten... Ja, aber... Sag schon, wie nennt man den? Äh, äh... Smurf? Spar... Spar... Plal... Emerald 2. Ok. Hat besser gespielt, find ich. Cranker Arsch Fickung war das.